Und in Wacken ist unsere Reporterin Lisa Knitte. Lisa, kann das Festival unter diesen Umständen überhaupt stattfinden? Ja, das fragen sich im Moment hier alle Metalheads hinter mir auf der Hauptstraße. Was wird aus Wacken dieses Jahr? Aber der Veranstalter hat immer noch nicht das Festival abgesagt, sondern plant ganz normal mit Beginn der Bühnenshows morgen weiter. Wie viele Fans dann wirklich aus Festivalgelände morgen für die Bühnen kommen und was das für die bedeutet, die nun in den Staus stehen mit ihrem Pkw, ob die jetzt wild campen? Dazu ist bei mir der Chef der Polizei von Itzehoe, Herr Mattisen. Wir hatten eben gerade eine Live-Schalte weiter hinten. Da hat es sich immer noch kilometerlang gestaut. Wir wissen, alle Zufahrten nach Wacken sind voll. Die dürfen jetzt alle nicht aufs Campinggelände. Was machen Sie mit denen? Also wir haben in der Tat eine historisch einmalige Situation. Wacken gibt es seit 1990 und auch von den Kollegen, die seitdem dabei sind, hier im Einsatz, kann sich keiner daran erinnern, so etwas mal erlebt zu haben. Die Situation stellt sich so dar, dass es besonders herausfordernd ist, die Leute zu versorgen, die in den Stauungen stecken. Und mittlerweile sind wir allerdings aus dem Gröbsten hinaus und sind ganz froh, dass sich der Rückstau auf die Autobahnen mittlerweile aufgelöst hat. Das ist also ganz, ganz wichtig. Es heißt ja, Leute, die sich noch im näheren Umfeld befinden, dürfen trotzdem noch aufs Campinggelände. Was heißt das für Sie? Also die Grundaussage ist, aufgrund der prekären Platzverhältnisse ist es total wichtig, dass hier nicht zu viele Leute raufkommen. Und deswegen sind wir über jeden dankbar, der sagt, dieses Jahr verzichte ich auf eine weitere Anreise nach Wacken. Das ist die Grundaussage. Wer sich allerdings hier im näheren Umfeld befindet, also jetzt gerade hier im Stau ist, der wird hier auch noch hereingelassen. Also die Tore sind hier aktuell noch geöffnet. Aber wir werden hier nicht zu viele Personen unterbringen können, wie eigentlich vorgesehen ist. Welche Gefahr besteht, dass alle Leute, die trotzdem anreisen und sich nicht im näheren Umfeld befinden, jetzt wild campen und sich dann Fußgängerkarawanen nach Wacken bewegen? Also dass man hier und da Wildcamper antreffen konnte, das gab es eigentlich schon immer. Ich glaube nicht, dass das eine besonders starke Gefahr momentan ist. Allerdings, wenn sich jetzt alle Leute nicht an unseren Aufruf halten, kehrt bitte um, dann könnte es sein, dass sie hier ankommen und nicht reingelassen werden. Dann müssen wir wieder nach Hause fahren. Insofern umkehren ist eine gute Option. Und ganz kurz am Ende. Es hat ja schon lange vor Beginn des Festivals und der Anreise geregnet. Wäre das nicht vermeidbar gewesen, dieses Chaos? Also hier arbeiten insbesondere auf Veranstalterseite Leute mit ganz großer Expertise, jahrelange, teilweise jahrzehntelange Erfahrung. Das hat keiner vorhergesehen, dass sich die Bodenverhältnisse so dramatisch darstellen. Wir haben ja eine dreifache Niederschlagsmenge im ganzen Juli gehabt, wie sonst in den Jahren zuvor. Da ist niemandem einen Vorwurf zu machen. Herr Mattesen, vielen Dank für diese Information. Ja, auf jeden Fall wird Wacken 2023 etwas anders aussehen, als wir das in den Jahren zuvor gewohnt waren. Vielen Dank.